Das ist nicht die ganz nass wie der... Ja, wegen der... Weil der Wettbewerb wieder gesagt hat, es ist billiger 2 Farben zu markieren als 4. Bisher waren nur 4 Farben. Jetzt sind halt bloß nur 2 Farben. Das sind ja auch nicht so markiert. Es sind ja auch nicht so markiert. Das ist ja auch nicht so markiert. Das ist ja auch nicht so markiert. Das ist ja auch nicht so markiert. Dann steht der irgendwo... Oh ja, der fliegt kürzlich... Dann in die Lackierhalde. Das ist ja nicht so. Da wird das machen. Da ist so wie bei der Bundeswehr... Da haben wir an den Rampen mit einem der letzten Friseur aus Landbiet am Bleck überholt. Und da muss sie noch auf Erden geflogen werden, zuversetzen. Also nadelnäue Maschinen. Im Prinzip. Aber so ist das. Du kannst nichts machen. Deswegen in der Fotografie. Das ist richtig. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ich bin schon dabei. Zufällig, ich weiß nicht, war sie bei an der Ebenstraße von der Sikow. Ja. Da war ja der Marktraum. Ich weiß nicht, ob das im Zusammenhang mit einem der Sikow. Da haben sie so, da haben sie so einen abgewühlt, abgehängten Krieger entwühlt. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Sieht schon futuristisch aus. Ja, der schaut so aus, wie alle ausschauen. Genau, wieder. Und wenn wir durchfangen, dann jetzt ist vielleicht vielleicht die Schatten einzeig. Ganz ehrlich. Ja. Sieht so wieder wie der Wussische, die, 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 die 15. Ja, genau. Sieht so wieder. Wobei, die 16,50 Meter sind da. Ja. 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 Vom Tag auch immer in den Dornen. Dann wüsste ich, aber sollte keine geraden, waagrechten Linien mehr haben das Ende nicht so schön. Das schlimmste ist immer, wenn wir genau unter dem Fenster fahren, eine Linie. Dann ist das schön gezeigt.